Leute, wir machen morgen eine dicke Session im Dörfungs-Aufnahme. Es wird erstmal Leander's Haare rasiert. Wer hat es sich hinleiern da? Lennar, wann hast du eigentlich das letzte Mal geluscht? Das war ja kacke. Egal. So, jetzt sind wir im Aufsturm angekommen beim Park hier. Also Arne lernen da einkaufen fahren, aber wir haben jetzt erstmal alles wieder ready gemacht. Hier da hinten muss noch trocknen, der ist noch ziemlich weich. Unten noch nicht perfekt, müssen noch testen, aber ansonsten ist alles andere fahrbereit und doch geil. Deswegen wird eine geile Session heute. So, wir haben See. Kurze Pause machen. Na Arne? Ja. Hau was raus Arne! Ja, wir sind jetzt hier am Dirtpark. Wir haben noch ein bisschen geschaped. Und machen jetzt. Tricks. Haufen soll Fahrrad Leute. Hör dich auf. Wenn wir die tausend Abonnenten knacken, dann verlosen wir Leandars Rahmen. So, leider ist Hefender für Leander. Aber es geht weiter Leute. Wir hören nicht auf. Das stoppt uns nicht. Leander, gute Besserung auf jeden Fall. Ciao. Ja, wir fahren jetzt hier. Also Leander wurde leider gerade vom Krankenwagen abgeholt. Aber Leo und ich fahren uns jetzt erstmal ein bisschen ein, weil wir haben ja die ganze Zeit heute nur gebaut. Außer vorhin kurz gefahren. Aber stellen wir das Handy gleich hin und machen ein paar Einfahrclips. Ich bin in meinem Kopf und such nach Ausreden. Ich kann das auch sehen. Ja, bin in meinem Kopf und such nach Ausreden. Sie ist verliebt in meine Ausreden. Glaub, du hast recht, ich kann das auch sehen. Baby, wer wirst mit mir auf? Nein, bitte lass mich doch machen. Den Double haben wir gerade mal geschaped. Den Table auch. Aber jetzt mit Arne und ich überträgst mit dem Double. Abfahrt. Jo, jetzt hat Leo mal eine Runde. Jo, okay. Das macht Arne da einen Flipp zum ersten Mal auf dem Sprung. Ja. Hat er schon mal jemanden Flipp gemacht? Nein. Okay. Let's go. Jo. Jo, schau's gehen. Geil. Ich mach jetzt Highjump. Also ihr müsst entscheiden, wer gewonnen wird. Und der Verlierer muss nächstes Mal in den See springen. Okay. Schreibt's in die Kommentare. Arne fängt an. Ja. Scheiße, der war über hoch. Jetzt ist Leo an der Reihe. Und mal gucken, wie er ist. Okay. Schreibt's in die Kommentare, wer gewonnen hat. Und ja, dann nächstes Mal geht's da hinten in den See. Ja. Ey, geil. Nein. Nein. Tschau Leute. Bis zum nächsten Mal. Abonniert den Kanal. Und gute Besten von Leander. Und like das Video. Et caught dann wieder zu ihrerチ兒 und dann zu laufen. Ich weiß nicht, wenn du etwas zu ernst nehmen. Entle dir deinen Papen.